Hey Magdalena! Die neue CD vom Sommerhit-König. Johannes Weindl schaffte es mit seiner sympathischen Art zu musizieren an die Spitze der ARD-Show immer wieder sonntags. Seine neue CD ist eine gelungene Mischung aus tollen volkstümlichen Melodien mit witzigen Texten, die viel über Johannes erzählen, bis hin zu einer schönen Ballade aus seiner Heimat im Bohrischen Wald. Wir stehen auf Strommelwadeln, auf Weiz für Stund, auf Bier, auf Bier. Hol dir das aktuelle Album von Johannes Weindl. Ab sofort überall erhältlich. Eine Produktion von Tyrolis und Dizimusik.